Kultur Tandem ist sozusagen die kleine Schwester von Kultur Potsdam. Kultur Potsdam vermittelt seit sechs Jahren kostenlose Kulturkarten an Menschen mit geringem Einkommen und Kultur Tandem bringt nun in einer Art Blind Date Menschen zusammen bei der Kultur, die sich sonst vielleicht gar nicht begegnen. Viele Leute hatten schon sehr viel Spaß dabei. Wir haben inzwischen über 100 angemeldete Gäste. Viele davon sind Familien, sodass auch noch ganz viele Kinder dazukommen. Also fast 200 Leute profitieren im Moment schon davon und treffen sich bei der Kultur. Aber es können noch viel, viel mehr werden. Wir planen heute eine große Veranstaltung. Wir wollen nämlich mit zehn historischen Tandems und weiteren Fahrrädern durch Potsdam fahren und noch mehr Menschen dazu gewinnen, bei Kultur Tandem mitzumachen.